Eine kurze Aufmiss mit der Ecke, die Frank hier verfolgt. Der Kupfplatz von Lezesheim, genau und. Jetzt würden wir Augenblühen. Da vermehrt uns die Klasseparade von Howard. Leitschner auch mit rechts vor Leiter. Und kein deutscher Spieler hier im Sichtfeld von Howard. Regulierendes Tor, Deutschland führt. Thomas Müller. Er zieht sein vierte Ziffer. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu spät war.